Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Wir haben einen neuen Wagen für dich. Du kannst die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst.